Und damit herzlich willkommen bei OBS, die Pannenshow. Es ist mal wieder Zeit für die lustigste Familienstunde der Woche. Sind Sie bereit für die verrücktesten Pannen der Filmgeschichte? Na dann viel Spaß bei der einzig wahren Pannenshow. Jetzt können Sie wieder 250 Euro gewinnen. Alles was Sie dazu tun müssen, ist mir zu sagen, wie man diesen Gegenstand hier nennt. Ist es A, eine Pistole oder B, die einzige Möglichkeit hier rauszukommen? Wenn Sie die Antwort wissen, dann rufe Sie an. Und mit ein klein wenig Glück sind die 250 Euro vielleicht bald Ihnen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.